In ihrem Podcast sprechen Amira Pocher und ihr Bruder Hema über Dating und andere persönliche Erfahrungen. Amira Pocher, 31, bekannt als Ex-Frau von Oliver Pocher, 46, spricht in ihrem Podcast Liebesleben über ihre Dating-Erfahrungen. Außerdem verrät sie, ob sie noch auf der Suche ist. Spätestens seit der öffentlichen Schlammschlacht mit Ex-Mann Oliver weiß wohl jeder, dass die 31-jährige Single ist. Während ihrer Beziehung mit Pocher sei Amira kaum angegraben worden, aber jetzt ist das eine ganz andere Nummer, sagt sie im Podcast mit Bruder Hema. Trotzdem kann sie sich vor Anfragen kaum retten, ich kriege ja wirklich so viel wie noch nie in einem Leben an Date-Angeboten und Liebesbekundungen. Doch sie stellt schnell klar, ich bin kein Freiwild. Es erreichen sie außerdem merkwürdigen Nachrichten auf Instagram. Manche hätten sogar Stalker-Potenzial. Daraufhin will ihr Bruder wissen, wie die Kärntnerin Männer kennenlernt. Wie passiert denn das jetzt bei dir in deiner Welt? Hakt er nach. Manchmal würden Leute sie in der Öffentlichkeit ansprechen, aber online passiere so viel, das sei so schlimm geworden. Es ist ja nicht so, dass ich auf der Suche bin, aber es ist schon echt. Komisch die Zeit, fügt die Moderatorin hinzu. Außerdem, so Amira, seien die Männer im Internet mutiger und hätten dadurch eine große Klappe. Abonniert dich, wenn sie nicht in der Suche bin. So Amira, ver